Der Start Nr. 19 kommt Florian Fechner vom WSV Bad Freienwaldig. Weiter geht's mit der Start Nr. 33 Wigseidel vom VSC Klingenthal. Weiter geht's mit der Start Nr. 31 Wigseidel vom SC Rückershausen. Der Start Nr. 35 Wigseidel vom erased España der Widerstandsfunktion. Mit der 47 kommt Lara-Sophie Legenmeier vom SC Steinbach-Allenberg. Mit der 49 kommt Anna Däubel vom SV Messstätten. Mit der Startnummer 50 kommt Fabienne Klump vom SSV Bayersbronn. Mit der 84 kommt Aaron Siegel vom SV Bayersbronn. Musik 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 Mit der 87 kommt Jan-Ole Fetzer vom VfL Pullingen. Musik Musik Nun kommt der letzte Springer dieser Gruppe, beziehungsweise des ersten Wertungsdurchgangs. Harne Wohlfälder vom SC Solan. Musik 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 Jetzt kommt die Startnummer 35, Jan Pullmann vom SC Negrotzahn. Musik 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 1,48 Meter von Klara-Sophie Legenmeier vom SC Steinbach Hallerberg. 1,49 Meter Dr. Anna Dolbel vom SC Messstätten. 1,49 Meter Dr. Anna Dolbel vom Stab Nr. 50 vom Fabienne Klump vom SV Bayernsburg. 2,50 Meter Dr. Anna Dolbel vom SC Sola. Die 69 trägt Jan-Ole Fetzer vom VfL Bullingen. Hier kommt Aron Siegel, SV Bayernsbronn. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020